Guten Tag meine Freunde, hier sind wir bei Civilization 6 und wir wollen eine friedliche, wunderbare, ekstatische Welt schaffen, die volle Anziehungskraft und Harmonie nur so strotzt. Und wir nehmen den einen Staat, ich meine, wenn ihr überlegt, welcher Staat, welcher Staat spricht für Frieden, spricht für Harmonie und alles, was damit zu tun hat, dann ist es natürlich die USA, die United States of America, die sind natürlich, jetzt spielt bitte die Nationalhymne ein, natürlich das friedlichste Volk der ganzen Welt, denn Werner hat man jemals gehört, dass die USA Krieg geführt hat. Deswegen nehmen wir Teddy, Roosevelt und den Balmus, denn die Amerikaner sind die wahren Friedenschaffer der Welt. Und da wir eben so friedlich sind, kriegen wir erstmal schön viele Sachen durch Anziehungskräfte, wir kriegen ganz viele Forschung und Kultur, darauf wollen wir spielen, wir wollen schöne Naturwunder finden. Und wir machen das Ganze noch gemeiner, wir bauen keine einzige Einheit. Niemals, wir benutzen aber alle Einheiten, die wir kriegen, also Einheit heißt wohl militärische Einheit, meine ich natürlich, eine friedensbewahrende Siedler und Arbeiter und alles andere, Pioniere können gebaut werden, aber keine Einheiten. Das heißt, wir dürfen keine Militäreinheit bauen, wir können allerdings über die Meteoritenschauer zum Beispiel Militäreinheiten erhalten, das geht schon. Und die Kundschaft erzählen nicht als militärische Einheiten, wenn die sich mal wehren müssen oder auch mal zu, sag ich mal, friedensschaffenden Maßnahmen greifen müssen, dann ist das okay. Ja, das kann eigentlich unser letzter Ausweg sein, damit wir nicht sterben. Und wir werden den Anfang größtenteils einfach mal skippen, damit das Ganze nicht zu zäh wird. Schauen wir mal an, ob wir leben. Wichtig ist, die KI natürlich so richtig schön, sich so richtig schön in deren Gedärme nach oben zu bewegen, also richtig tief rein und dann auch möglichst verbündend mit allen drumherum liegenden KIs zu sein, damit man eine Chance hat zu überleben. Bevor wir anfangen und ihr viel Spaß mit diesem tollen Video haben werdet, nochmal der Hinweis, abonniert gerne, lasst ein Like da. 84% aller Zuschauer sind noch nicht abonniert. Alles wird helfen, euch weiterhin schöne Tipps, Tricks, Gameplay und News-Videos zu bringen. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr einfach diesem Club beitretet, um das Ganze nach vorne zu bringen. Viel Spaß. So, da wären wir am Anfang unserer Reise natürlich nicht das beste Gebiet. Wir wären unbedingt friedlich und sauber, spielen wir mit ganz viel Bergwerken, aber hoffen wir, dass wir noch in der Nähe etwas anderes finden. Wir werden mal schauen. Ich werde jetzt die ersten Runden erkunden und sehen, was werde ich denn finden. Der Standard ist natürlich, einen Speer zu bauen. Wie gesagt, Speer sind erlaubt, Metäureinheiten sind sonst nicht erlaubt. Was auch noch okay wäre, wäre eine Einheit zu bauen, um einen Heureka zu bekommen. Die Einheit dann direkt löschen. Ob ich dafür die Produktion ausgeben will, wahrscheinlich eher nicht. Nur, dass es schon mal klargestellt ist. Wir werden den Bergbau als erstes erforschen, um uns das ja alles zu nutzen und hoffen, dass wir Naturwunder finden. Weniger Dschungel und keine Floodplanes. Das wäre schon mal wichtig. Wenn wir hier reingucken, sehen wir aber schon, hier unten ist irgendwas Dreckiges, unattraktiv. Hier ist schon was Durchschnittliches, obwohl das am Berg dran ist. Das heißt, wir haben auf jeden Fall nicht die sauberste Umgebung. Hier sieht es ganz gut aus, vielleicht sollten wir lieber hier runtergehen. Aha, direkt neben uns Fangiedangsjahr oder so. Ich spreche es jetzt wahrscheinlich falsch aus. Wunderschön. Das heißt, unsere glorreiche, friedvolle Nation findet direkt mal ein Naturwunder. Und ihr seht jetzt schon die Yields. Wenn wir da jetzt noch hinkommen mit unserer Fähigkeit, wenn ihr mal schaut, kriegen wir von einem Naturwunder oder einem Berg zwei Wissenschaftler. Das heißt, diese Felder sind jetzt schon Gold wert, naja, oder Wissenschaft wert, wie auch immer. Und das ist natürlich genial. Wir werden übrigens auch langfristig auf Liang gehen müssen, wegen Parks und Erholung. Denn die Parks geben sehr viel Anziehungskraft. Am Anfang werde ich ja wahrscheinlich wieder auf Pingala gehen. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und unsere Heimgesellschaft wird wahrscheinlich nicht hier das sein, sondern die Obelisken. Das ist ja auch schon irgendwie so ein bisschen Standard, wenn man einfach vielleicht Yields haben will, um es mal so zu sagen. Naja, aber gucken wir mal, ob wir noch mehr finden. Tatsächlich in der gleichen Runde Mosi, Oa, Tunja. Den schönen Wasserfall, den haben wir gefunden, mit einem Barbarencamp nebenan. Und das ist, was ist das, was kann das? Ein, zwei, gut für jeden benachbarten Gebiet, das ist sehr gut. Es gibt natürlich wiederum gute, ja, Anziehungskraft. Allerdings, wenn ihr seht, hier ist bescheidene Anziehungskraft. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie hier eine Statten setzen. Und das natürlich dann mit den Reservaten, die wir unbedingt bauen müssen, kombinieren können. Drei Stadtstarten haben wir um uns herum. Das ist perfekt. Warum? Wir dürfen ja keine Einheiten bauen. Das heißt, diese Barbarencamps machen hoffentlich diese Stadtstarten kaputt. Denn sonst haben wir ein ziemliches Problem, weil wir uns jetzt nicht wirklich darum kümmern können, außer mit Speeren, was eine ziemlich mühsinnige Arbeit wäre. Ansonsten verpesten wir hier leider die Luft, was natürlich überhaupt nicht unseren Gedankengang erspricht. Aber die machen können wir nicht. Dafür haben wir natürlich extrem viel Gold, wie ihr sehen könnt. Das ist natürlich massiv, kein Wachstum wohl, aber massiv Geld. Deswegen werden wir uns gleich wahrscheinlich schon einen Siedler leisten können, was ein sehr großer Vorteil ist. Damit haben wir unseren ersten Gegner gefunden. Schön in den Aar, ähm, sich beliebt machen. Ja, wir würden natürlich, oh Gott, der ist weg, neben uns. Wir würden dich natürlich sehr gerne kennenlernen. Lass uns doch einfach eine Delegation hier nehmen und dann sind wir die besten Freunde. Das wäre doch ganz schön. Guck mal, außerdem kannst du auch meine Diamanten haben. Dann kriegen wir ganz viel Geld. Dafür ist das super lecker, weil Geld brauchen wir auf jeden Fall, um möglichst schnell unsere Sachen zu pushen. Ja, wir haben ein großes Problem. Ein verfluchteter Bahnlager ist hier gesprungen. Das heißt, unser Siedler kommt nicht drüber rum. Das kotzt mich natürlich ganz besonders deutlich an. Aber wir können unseren Pantheon wählen. Und wir nehmen natürlich hier einen Glauben für ihn atemberaubende Anziehungskraft. Bringt uns momentan noch gar nichts. Aber langfristig sollte uns das ordentlich an Glaube geben. Wodurch wir dann hoffentlich auch ein Pantwerkonsor kaufen können, was ganz so cool wäre. Aber erstmal müssen wir mit diesem Problem hier klarkommen. Denn im Wald, auf dem Gebirge oder Hügel ist uns nicht fühltbar. So gut wie. Was ziemlich problematisch ist. Ich weiß auch nicht, wie man damit jetzt umgehen sollte, ehrlich gesagt. Müssen wir jetzt mal unbedingt schauen. So, unsere erste Stadt wird hier entstehen. Das ist ein bisschen weit weg von den Super Yields hier unten. Aber wir haben hier gar kein Wasser. Von daher werden wir hier unser erstes fruchtstündliches Reich entwickeln. Guckt es euch an. Guckt euch diese, guckt euch, bitte. Guckt es euch an. Oh, lecker. So muss es aussehen. Das fällt da hinten auch nochmal genial. Nehmen wir uns direkt, guckt euch das an. Sechs Forschung. Wir werden es allerdings erst mit dem zweiten nutzen. Denn wir brauchen ein bisschen Wachstum. Von daher müssen wir das erstmal so stehen lassen. Aber das sind doch mal richtig saftige Yields. Brauchen wir auch gar nichts abzugraden. Erstmal, erst wissen wir, wenn wir eine Trüffel haben, wird das wirklich relevant. Ansonsten können wir es einfach so hängen lassen. Was natürlich genial ist. Das heißt, wir können uns um alles andere kümmern. Probleme sind weiterhin die Barbaren. Hier und hier. Leider wurden wir da auch entdeckt. Unser Sperr wurde schon ziemlich zu Matsch gehauen. Was auch nicht unbedingt hilfreich ist. Aber wir haben immerhin jetzt auch noch einen Gesandten, den wir hier hinzufügen können. Um einigermaßen Produktion zu erhöhen. Und aller Wicht, wir haben Herkules. Herkules ist der beste Held, den es gibt. Wer nicht weiß, dass Herkules kann. Wir werden jetzt auf dieses Reserve oder Schutzgebiet gehen. Und Herkules kann das dann sofort vervollständigen. Bei jeder unserer Stadt. Drei Charges, meine ich, musst du haben. Und wir werden hier diesen Supercampus natürlich auch nicht vermissen. Denn der ist auch einfach genial. Da werde ich jetzt auch mal kaufen. Da werden wir definitiv, sobald wir die Forschung haben, auch zuschlagen. Und die haben wir nächste Runde. So, und damit stehen wir auch unsere dritte Stadt an dem zweiten Naturwunder. Auch schon mal mit sehr leckeren Yields. Auch schon mal selber sehr gut. Weil unser Gebiet hier auch schon atemberaubend ist. Sehr cool. Müssen wir allerdings unbedingt mit diesen blöden Barbaren hier. Klar, wir müssen die zerstören. Ich weiß, das ist ein bisschen ätzend. Aber wir müssen halt verhindern, dass da noch mehr rausbauen. Die haben wir uns nicht schon gesehen. Können zwar gleich Herkules dafür nutzen. Wenn wir hier unseren, tadaaa, Campus gemacht haben. Müssen mit Herkules dieses blöde Camp hier dann noch weghauen. Und können dann gleich direkt loslegen. Hier unser erstes Reservat hinzusetzen. Müssen natürlich die Sumpfgebiete irgendwann wegmachen. Und mit dem ganzen Gedöns hier umgehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Kaokia das übernimmt. Aber so richtig Bock haben die anscheinend nicht. Ja Leute, und das war es dann mit unserem Krieger. Mussten aber leider vorgehen. Ah, das wird gar kein Militär mehr. Bescheuert. Ja, aber wir haben allerdings noch Herkules, der hier noch ein bisschen was klieren kann. Der hat auch das Barbarenkent erodern können. Aber das Problem ist halt, jetzt haben wir gar keine Militäreinheit mehr. Also, halt Helden und dem Speer hier. Der sich jetzt mal langsam wieder in Bewegung setzen kann. Um vielleicht noch ein paar Friable Huts zu finden. Also Hütten, die uns zum Vorteil bringen. Ach ja, das ist aber natürlich ein bisschen bitter. Ich meine, der hier wird jetzt auch die ganze Zeit angreifen. Aber das sollte jetzt kein Problem darstellen. Aber bitter natürlich den Krieger zu verlieren. Den hätten wir dringend noch gebraucht. Ist natürlich leider, leider sehr, sehr, sehr bescheiden. So, und jetzt seht ihr Herkules Magie beim Wirken. Denn wir bräuchten eigentlich für dieses Reservat 31 Stunden. Und jetzt, tatatata, boom. Nehmen wir erstmal schön eine Explosion hier hin. Und erhalten halt unsere besseren Anziehungskraft. Wir brauchen allerdings noch einen Anziehungskraft. Das heißt, wir müssen hier noch das zweite Bauernschutzgebiet. Damit wir wirklich auch von unserem wunderbar friedlichen Teddy Roosevelt die Geschichten auch bekommen. Nur atemberaubend zählt bei dem leider. Bei dem Gebäude, was wir hier bauen können jetzt im Nachhinein. Da können wir auch nochmal Ressourcen durch, wie heißt es, bezaubernde Gebiete erhalten. Aber das ist erstmal noch ein Zukunftstraum. Erstmal geht es darum, dass wir hier die ganze Grundlage bauen. Ist immer sehr zäh am Anfang. Weil wir für 139 eigentlich ganz gut dabei sind. Drei Städte. Müssen halt nur schon noch so ein paar Städte kriegen. Haben zwei gute Naturwunder schon einverleibt. Die uns extrem viel Ressourcen geben. Sieht ihr, wir haben mehr als er und zwar deutlich mehr allein schon in Forschung. Aber mehr als das Doppelte von ihm. Was super ist. Und wir haben eine Freundschaft mit ihm geschafft. Er ist noch mit ihm im Krieg. Keine Ahnung, wer das ist. Ich schätze mal, dass hier oben noch irgendwo jemand sein wird. Aber das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. So, dann sind wir schon mit dem zweiten Schutzgebiet. Bei 143. Boom. Das ist unser Ergebnis. Guckt euch an. Das muss natürlich noch saftig wachsen dafür. Denn die hat leider viel zu wenig Nahrung. Aber guckt euch diese Yields an. Wenn wir das mal schaffen, die irgendwie mit dem Kornspeicher am besten da oben zu bringen. Dann haben wir hier eine extrem, extrem starke Stadt. Guckt euch diese Gebiete an. Oh, das ist so lecker, wenn man das einfach nur anschaut. Das ist einfach genau das, was wir wollen. Friede bringt halt genau solche Erfolge einfach. Müsst einfach daran denken. Friede und keine Gewalt. Das ist einfach wichtig. Können wir uns hier noch eine Allianz mit dem machen. Vielleicht kann er einen guten Vorschlag haben. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Und schon sind wir auch verbündet. Denn wir sind friedfertig, verbündet. Und werden uns dadurch schön diese Welt einfallen. Ich meine natürlich eine friedliche Welt hinterlassen. Und die nächste Zeit bricht heran. Und wir sind natürlich in ein goldenes Zeitalter gekommen. Und wir nehmen natürlich, und das ist ja auch der Plan gewesen, Monumentalität. Denn damit können wir Handwerker und Siedler mit Glauben kaufen. Wir kriegen recht, okay, Glaube. Das heißt, wir werden uns definitiv einen Siedler besorgen. Ich würde hier gerne noch ein zweites Schutzgebiet bauen. Damit wir halt die Sachen hier auch noch etwas nach oben bringen können. Da wir hier momentan nur eine Anziehungskraft von 1 haben, könnten die auf 2 bringen. Dann müssten wir hier allerdings was bauen können. Ist okay. Ich glaube, wir müssen die Stadt dann hierhin quetschen. Weil eben hier die ganzen Bedingungen für die Siedler nicht gerade super sind. Aber das wird uns halt nochmal einen enormen Vorteil geben, weil hier auch über Berge sind. Und das gibt uns ja, wenn wir langfristig, das dauert natürlich was, auf Atemberaubung kriegen, auch nochmal mehr Ressourcen hier an dem Fleck. Sonst hier wollen wir eine Stadt natürlich hinsetzen, um das noch mehr auszuschöpfen. Das ist auch klar. Und wir müssen hier ein bisschen die Grenze abstecken, auch wenn das fast nur Floodplains ist. Und sowas ist ja für uns als friedfertige Amerikaner, wo das eh klar ist, was es gibt. Aber definitiv werden wir halt jetzt diese Mechanik ausnutzen, dass wir die Siedler uns durch den Glauben kaufen. Allerdings nicht in der Stadt, weil hier brauche ich dringend vier, damit wir endlich unser Schutzgebiet hier bauen können. Sondern in dieser Stadt hier. Da werden wir das tun. Und uns zeigt diesen Siedlerkauf. Denk mal, ich werde den hierhin bewegen. Auch wenn das ein bisschen schmerzt, diese Stadt. Aber damit wir hier die beste Synergie raus wollen. Weil ich ein echter Profi bin, habe ich natürlich mehr Runden gebraucht, bis ich verstanden habe, dass ich eine Regierung wechseln muss. Ja, wir nehmen hier unten die für Wunder. Dann können wir nicht theoretisch die hängenden Garten, die ich hier plane, jetzt schon abgeschlossen haben. Naja, nicht ganz, aber habe ich einfach vergessen. Wir werden uns dann auch Wissenschaftspunkte dazugeben, um das einfach ein bisschen zu pushen. Und noch mehr Produktion, damit das ganze Wunder auch schneller geht. Ansonsten seht ihr, wie sich das entwickelt. Los Angeles und Washington haben auch schon ihre Grenz verbunden. Als nächstes wird er nach dem Schutzgebiet hier kommen. Und wir hoffen, dass wir vielleicht nur im Heiligenbezirk hier in der Nähe noch was nach oben bringen können. Mal schauen. Ich habe mich auch entschieden, hier mit dem Siedler weiterzugehen. Ich glaube nicht, es ist effizient, dieses Gebiet einfach einzuverleiben. Weil es einfach so stark ist. Als Geheimorganisation, wie gesagt, die leeren Sänger. Weil wir haben nicht mehr nur die jetzt als Fähigkeit. Das ist gut. Genau. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Glaube, um noch ein bisschen mehr kaufen zu können. Und wir sind auch tatsächlich verbunden mit ihm, was tatsächlich ich auf jeden Fall wusste. und ich nur deswegen das Ganze so gewählt habe. Jetzt hoffen wir, dass wir die hängenden Gärten tatsächlich bekommen. Und da haben wir den Nächsten, den Robber Bruce. Und der scheint nicht ganz gut mit dem Karser zu verstehen. Das heißt, wir müssen gucken, ob wir den irgendwie ein bisschen anschleimen. Eigentlich ist es bei ihm ganz einfach, Freundschaft zu bekommen. Allerdings, wenn wir schon mit seinem Feind verbündet sind, weiß ich nicht, ob das dann so ganz so gut funktioniert, wie das eigentlich klappen könnte. Und das ist natürlich ein Problem für uns. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir damit umgehen. Erstmal muss Herkules weiterhin hier Camps ausnehmen, weil die hier überall spawnen. Und da haben wir es. Die hängenden Gärten. Wir können aber auch einfach hier hingehen. Das passt auch. Dann haben wir nämlich hier unsere sehr guten Gebiete. Wir gucken, wo wir das dann hier hinsetzen. Das würde nicht so viele Gebiete umspannen, das Schutzgebiet. Oder wir setzen es halt hier hin. Dann haben wir aber auch natürlich viel mehr Herausforderungen, die auch abzugraden. Das ist die Frage. Aber ich denke, hierhin ist es ganz gut, weil wir dann die Extra-Produktion bekommen, um unser Frieden weiter über die Welt zu bringen und weg mit dem Plan. Ich meine natürlich, ihr habt nichts gesehen. Das war eine ganz friedliche Aktion. Ich bin froh, dass wir den Helden haben. Vor allem Herkules. Ich liebe ihn. Unser armer Herkules hat sich dahin gerafft. Aber das Gute ist, wir haben neben einem, den wir bei den Bahnen gefunden haben, noch ein schönes Relikt. Das heißt, wir haben schon ordentlich Tourismus dazu, was gar nicht so verkehrt ist. Wir haben 22 schon. Das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht schaffen wir es schon relativ früh, einen Kultursieg zu machen. Naja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall ist jetzt unser Prophet da. Wir haben nicht auch noch Stonehenge gegründet. Wir haben also eine Religion, wird wahrscheinlich nicht mehr viel übrig sein. Aber weil wir so friedfertig sind, müssen wir natürlich auch eine Religion haben. Wir haben auch unseren ersten Hain, genau. Und dieser Hain hat uns jetzt ein Glaube hier nochmal übergebracht. Ja, wir müssen das natürlich noch immer mehr pushen. Das ist klar. Ist aber nicht so einfach. Wir machen aber hier noch einen Heiligenbezirk hin, damit das Ganze nochmal höher geht. Dann kriegen wir nochmal ordentlich hier vor allen Dingen Ressourcen, nämlich Wissenschaft und Kultur, was sehr, sehr cool wäre. Wir nehmen natürlich den Buddhismus klar im Gleichgewicht, dass wir sind. Ja gut, das können wir auch hier einen Young nehmen. Aber nee, Buddhismus ist es. Und wir haben einiges zur Auswahl. Da schauen wir nochmal an, was unsere Religions zu bieten haben wird. Und zwar haben wir entschieden, die Religion so aussehen zu lassen. Reliquienschreine werden unsere Reliquien, unsere Zeichen des Friedens ausstellen und dafür dreifache Tourismus kriegen, was für unsere zwei Reliquien schon mal ganz gut wäre. Und eine Kultur pro vier Anhänger. Ist das einfach mal eine Idee? Machen wir mal so. Gibt uns auf jeden Fall einen Vorteil. Vielleicht können wir den Glauben, den wir nachher haben, dann dafür nutzen, um halt unseren ganzen Glauben überall zu verbreiten und damit dann ordentlich zu kassieren. Jetzt momentan haben wir nur eine Kultur dadurch. Aber immerhin. Ich versuche übrigens schnell noch Machu Picchu raus zu quetschen. Ich glaube, aber das wird nichts. Muss es aber versuchen. Machu Picchu ist zu stark, als dass ich das einfach ignorieren könnte. Naja, mal sehen. Unser Glaubenssatz wird jetzt nochmal schön dadurch gepusht, dass wir Candy oder Candy als Soteräen haben werden. Das heißt, wir kriegen plus 50% Glauben nochmal durch unsere Reliquien. Das heißt, wir hauen nochmal sechs Glauben extra dazu. Geben wir uns einen neuen Helden, den wir natürlich auch freischalten müssen langfristig, was natürlich auch ein bisschen schwierig sein wird noch. Aber wir wollen natürlich hier langfristig alle Helden von all diesen Gebäuden oder Städten durchhaben. Was sehr, sehr hilfreich wäre, um die ganzen Reliquien zu sammeln. Das kostet allerdings natürlich auch viel Produktion, wie ihr euch denken könnt. Wir haben es tatsächlich geschafft, Machu Picchu zu bauen. Zeigt nochmal, wie mächtig unsere Nation ist. Halleluja. Guckt euch das an. Ein wunderschönes Ding. Das heißt, wir kriegen durch alle Distrikte einen Standard-Nachbarschaftsbonus. Wenn wir uns das so schön angucken, durch alle Gebirge hier kriegen wir einen schönen Bonus dazu. Das heißt, wir können jetzt auch endlich unseren Theaterdistrikt bauen. Müssten wir leider vielleicht sogar das hier aufgeben, was ein bisschen bitter ist. Oder wir gehen halt hier hin, was dann uns das Kupferkosten wird. Muss ich noch ein bisschen überlegen, wie wir das genau machen. Aber das ist schon mal ein sehr großer Erfolg und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Patti kann es nicht übers Herz bringen. Dieses Feld. Guckt euch das an. Ich kann das doch nicht zerstören. Wir müssen leider einen schlechteren Theaterdistrikt nehmen. Und zwar hier. Das Feld ist auch zu gut. Ihr seht generell, wir haben es geschafft. Hier, wir haben jetzt unsere zwei Reservate aufgebaut, Schutzgebiete. Und guckt euch dieses Yield-Telt an. Lecker. Haben wir direkt mal der Hauptstadt gegeben. Das ist Yield, Leute. Wir bauen jetzt auch hier komplett. Mir ist ganz egal, was hier geforscht wird. Ich gehe einfach nur hier oben auf Naturschutz. Ich will Zuflucht. Ich will Naturforschung. Alles andere ist komplett egal. Das ist wichtig, dass wir da hinkommen. Alles andere ist uns wurscht. Von daher forschen wir einfach da komplett straight durch. Wir haben gar nicht wirklich nach, was wir da für Vorteile von haben. Wir wollen aber irgendwo den Theaterplatz hinbringen. Ich glaube, ich werde ihn nur hinsetzen. Es schmerzt mich wirklich. Ich glaube auch viele von euch. Aber anders geht es nicht. Können das nicht bringen. Ich meine, das ist auch ein super Feld. Gucke ich das an. Dass wir das da hinten wegnehmen, diese Sechserfelder. Das ist einfach zu gut. Ich könnte einen Wald opfauen. Aber ich will eigentlich nicht um dieses Feld herum. Ich werde auch die Mine bald wegnehmen. Will ich eigentlich nicht zu viel opfauen. Deswegen glaube ich, setze ich das hier hin. Das ist natürlich echt bitter. Aber ja, ist so. Und das Feld wird auch bald geopft. Weil wir verkaufen gerade das Eisen die ganze Zeit. Wir sind also ein bisschen... Naja, wir müssen ja schon gucken, dass der Friede muss ja irgendwie erkauft werden. Das kennt die USA auch sehr gut. Ich meine, das ist ja normal. Das heißt, wir müssen natürlich gucken, dass wir da auch das Geld dafür haben. Und das kriegen wir, indem wir die ganze Zeit den Leuten ja alles verkaufen. Und uns dadurch Siedler wie sonst was leisten können nachher. Das ist schon herrlich. Von daher sollten wir da auch weiterhin bei bleiben. Anders geht es auch wirklich nicht. Ich will leider hier keinen Siedler hinbauen. Das macht mich echt... Also ich würde ein bisschen Kandir weghauen, ey. Das geht mir ein bisschen auf die Nerv. Ich will echt diese schäbige Stadt hier sonst nehmen. So, ich habe mich dazu gezwungen, ein Buffalo zu bauen. Wir haben unseren guten alten Herkules wieder, der uns direkt wieder helfen kann. Die, boom, Runden zu überbinden und dann das Gebiet hier einzunehmen. Herrlich, schon wieder super Yield, wie ihr sehen könnt. Wachstum hier ist natürlich bescheiden. Aber, sind wir ehrlich, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben ja tatsächlich ein sehr gutes Gebiet erschlossen. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt genau weitermachen mit dem Hain. Die Wüsten sind natürlich jetzt nicht das Beste. Weil, ja, Wüsten halt sind jetzt nicht so super cool. Aber es geht ja auch ums Prinzip. Wir müssen einfach das Gebiet ausbauen. Ihr könnt ja sehen, wie das momentan aussieht. Herrlich, wirklich herrlich. Das kann man nur nochmal unterschreiben. Hier, guckt euch dieses Gebiet an. Ah, mit den sechs Wissenschaften. Einfach herrlich. Wir können übrigens im Wasser gar nichts machen. Die Babanen greifen uns konstant an. Was ziemlich nett ätzend ist. Ich probiere hier nochmal ein Wunder zu bauen. Ich will natürlich mehr Helden noch haben. Deswegen müssen wir langfristig auch überall die Helden rauspumpen. Hier bauen wir noch Artemis. Einfach nur, um es zu haben, tatsächlich. Können wir hier vielleicht noch einen Tempel, Theaterdistrikt hinbauen können, der ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und ja, unser schottischer Freund hat uns leider hier vorwärtsettelt. Und wir haben den nächsten Gegner getroffen. Das ist der letzte. Auch wir haben vier Spieler hier mit drin. Von daher ist das alles. Ihr seht auch, was Persien noch für ein Gebiet hat, um sich auszubereiten. Wir sollten gucken, dass wir noch ein bisschen hier die Linie cutten. Einfach noch ein paar Städtchen bauen. Auch wenn das Gebiet, ehrlich gesagt, ziemlich mittelmäßig ist. Und wir sind im Mittelalter angekommen. Wir werden wieder Monumentalismus nehmen. Wir könnten auch jetzt hier für ein Spezialdistrikt eine Kultur dazu nehmen. Wäre auch nicht schlecht, tatsächlich. Dann könnten wir uns das für andere Sachen besparen. Aber ich denke halt, durch Glaube, das zu kaufen ist schon sehr sinnvoll. Aber wir schauen müssen, dass wir die Religion auch langsam ein bisschen verbreiten. Denn sonst haben wir da nicht viel von. Wenn wir die Religion einfach so verlaufen lassen. Nehmen wir uns mal Missionar und hauen mal unsere Städtchen ein bisschen raus. Ihr seht nämlich hier, wird schon ordentlich gepresst vom Katalizismus. Wahrscheinlich von Schottland gegründet worden sein. So, wir bauen unsere Lehrendinger aus. Das heißt, 20% des Glaubens der Stadt wird einmal auf unser ganzes Konto geben. Leider aktualisiert es hier immer so ein bisschen schwierig. Müssten wir, glaube ich, einmal hier so ändern. Und dann seht ihr, boom. 17 Forschung dazu. Extrem. Gut, diese ganze Geheimorganisation. Wir haben auch unseren ersten Künstler, was natürlich auch eine super Sache ist. Können wir direkt mal hier ablegen. Ehrlich. Wir müssen auch ein paar Apostel bauen, mehr Reliquien zu holen. Das ist schwierig momentan. Aber wir kriegen ja langfristig auch unsere Sänger. Wobei ich eigentlich ja gerne einen schnellen Sieg haben. Weil ihr seht, wir haben 69 Tourismus, was schon ziemlich gut ist. Ihr seht, wir sammeln schon die ersten Touristen tatsächlich. Weil wir einfach so massiv den Tourismus haben. Das heißt, wir würden das Ganze auch wirklich dahingehend pushen, dass wir diese Fähigkeiten benutzen, wie zum Beispiel hier das, dass unsere Schriftstelle halt auch mehr Tourismus generieren. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Ich würde das auch auf jeden Fall irgendwann mal hier reinsetzen, dass wir mehr Schriftstelle auch raushauen können. Das wäre auch ganz gut. Und sonst macht Herkules weiterhin seine Aufgabe des Friedens. Wir wollen weiter da pushen. Brauchten noch gar keine Mittellinheit. Alles gut. Wir haben wirklich Schwein, dass wir da die richtige KI haben, auch schnell reagiert haben. Am Anfang immer schnell Delegationen schicken und sich da ein bisschen einschleimen. Dann passt das meistens auch. Oh, wir haben sogar noch ein neues Reliquium bekommen, weil wir ein neues Naturwunder gesehen haben. Wieder, ne? Es lohnt sich, friedlich zu spielen. Und dann haben wir noch mehr. Guckt euch diese Tourismus an. Wir sind Runde 90 und haben 93 Tourismus, Leute. Das ist absolut insane. Wir haben 66 Tourismus durch die Reliquien. 66. Wenn ich da noch mehr drauf spielen würde, damit Apostel irgendwie da Krieg mit dem, also religiösen Krieg da führen würde. Alleluja, Leute. Außerdem haben wir jetzt Anansi als neuen Helden. Der kann also auch nochmal stärker. Ich meine natürlich eben irgendwann in seinen friedlichen Äonen zurückgehen. Können wir natürlich noch mehr machen. Das kostet halt nur, naja. Ihr seht es. Kanker viel. Himiko ist sehr gut. Können wir tatsächlich mal angehen. Allerdings dauert das halt bei diesem hier, wie ihr sehen könnt, extrem viel. Außerdem will er irgendwie keine Nahrung haben. Keine Ahnung. Diese Stadt ist irgendwie sehr speziell. Genauso die hier ist auch sehr speziell. Danach werden wir das auch hier tun. Einfach, auch wenn es saulang dauert, einfach irgendwas raushauen. Damit wir hier unsere friedliche Mission durch Helden voranbringen können. So, wir werden in den theologischen Weg gehen. Oder in den theokratischen Weg. Wir werden eigentlich einen besseren Rabatt auf Kauf. Das ist natürlich sehr gut. Und wir haben mal neue Slots. Die brauchen wir nicht dringend. Wirklich dringend. Wir haben jetzt Schriftstuhl da reingetan. Und wir müssen eigentlich mal ein bisschen auf die Gesandten gehen. Denn das ist später noch sehr wichtig. Falls wir so lange noch brauchen. Ich hoffe, wir kriegen vorher schon den Sieg hin tatsächlich. Indem wir halt wirklich hier, wenn wir gleich sehen, 105 seht ihr ja schon Tourismus. Und da vielleicht gleich noch einen Push hinkriegen. Das wäre ziemlich cool. Ansonsten brauchen wir eigentlich nicht mehr viel. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir können natürlich unsere Fernkraftstärke theoretisch erhöhen. Ihr seht halt hier mal die Yields zum Beispiel bei dieser Buffalo-Stadt. Das ist schon sehr nett. Sehr lecker. Kann man gut mitarbeiten. Wächst natürlich nicht sehr gut. Aber hier, guckt euch das an. Und hier fünf Glauben, sechs Kultur, sechs Nahrung. Und hier werden wir halt, ja gut, habt ihr ja schon gesehen. Das ist eher der wissenschaftliche Bereich hier, sag ich mal. Wir haben noch eine neue Stadt hier oben gegründet, die ein bisschen Loyalität verlieren. Einfach damit wir hier ein bisschen die Grenze abstecken. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Weil die Städte werden alle schlecht. Wir haben noch ein bisschen Berge. Deswegen ist das noch okay. Aber der Rest ist ehrlich gesagt sinnlos, um hier Frieden zu schiften. Das reicht uns eigentlich. Wir sind bei 105, wie gesagt, glaube ich. Ihr seht, wir haben schon 7 von 71. Und kriegen natürlich mehr dazu. Und ich forsche jetzt auch radikal auf Computer. Das heißt, ups, hierhin. Da kriegen wir nicht 25 Prozent mehr Tourismus. Und gucken, dass wir halt weiterhin alle möglichen Schrott an Tourismus irgendwie raushauen. Auch noch den Glauben, damit wir nämlich hier mal ein bisschen Apostel holen können. Um unsere Religion zu verbessern. Aber auch einfach hier mal ein bisschen den Glauben zu verbreiten, damit das Ganze besser wird. Hier kommt schon wieder so ein blöder Missionar nämlich auch an. Das nervt mich ziemlich. Das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Dass sie unsere Religion hier flippen. Denn der friedliche Auftrag heißt nicht, dass wir uns hier einfach irgendwie rumschubsen lassen. Das auf keinen Fall. Wir bauen übrigens auch über Mauern. Einfach aus dem Grund, wenn wir Naturschutz haben, kriegen wir dadurch auch Tourismus. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, um den Push halt wirklich bis zu Ende durchzubringen. Ach ja, und unser Anansi frisst hier oben schön ein Gegenstand nach dem anderen. Ihr könnt ja keine, ups, habe ich ganz vergessen, strategische Ressourcen nehmen. Aber halt alle Bonus-Ressourcen, Luxus-Ressourcen, oh mein Gott. Das ist so super, weil, tadaa, das gibt uns wieder eine Reliquie. Das ist, also ich kann euch die Strategie nur empfehlen, wenn ihr diesen Stadt statt Kandi findet, Leute. Das ist, also es ist wirklich brutal, ne? Also guckt euch das an. Damit der Religion so gepimpt, wie ich das gemacht habe. Das ist kompletter Wahnsinn. 66 Tourismus haben wir jetzt durch diese Reliquien. Plus nochmal 24. Das ist echt enorm. Kannst euch nur empfehlen, dann richtig erkunden. Das läuft. Also da ist die friedliche Mission auf jeden Fall exzellent vorbereitet. Wir haben jetzt auch unsere Religion fertig. Wir haben jetzt nochmal dazu gemacht, eine Moschee. Wir haben mehr Verbreitung, wenn wir sie bauen. Wir haben einen höheren Druck. Damit wir hoffentlich halt noch mehr Kultur durch das Ganze gewinnen können. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Können wir jetzt hier direkt bauen. Denkt daran, braucht man halt natürlich immer einen Heiligendistrikt. Den haben wir fast nirgendwo. Kommt aber alles mit der Zeit. Denn damit pushen wir ja noch mehr diese ganzen Yields, die wir sehen können. Was natürlich extrem lecker, lecker ist. Von daher passt das ganz gut. Oh Leute, wir haben das nächste Naturwunder gefunden. Ist das super. Hercules hat eine Rolle noch mehr ausgefüllt. Und wir haben noch einen Reliquien. Wir haben jetzt 159. Verfluchte Tourismus in 100 Sekten. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 978. Langsam kommen wir ins Territory, wo wir Richtung Gewinnen gehen können. Wir müssen natürlich noch weiter pushen. Dann Nansi hat uns da auch noch ordentlich was zugegeben. Da geht es auch eher cool. Vielleicht finden wir sogar noch eins. Mal sehen, das wäre natürlich enorm. Ach, es läuft so schön. Guckt euch das an. Das kann man sich einfach anschauen. Ich finde diese Yields einfach schön. Wenn man sich die anschaut, da wird man einfach glücklich. Da fühlt man sich einfach besser. Wir sehen da oben das ja noch nicht. Mal guckt euch das an. Das ist auch sehr schön. Ach herrlich. Wunderbärchen. Friedlich. Harmonisch. Keinerlei böse Einheiten bauen. Einfach nur mal ganz gemütlich sein. Gut. Wir können auf dem Wasser niemals irgendwas an Verbesserungen haben. Die werden die ganze Zeit geblündert. Aber ansonsten, am Land sieht es zumindest sehr friedlich aus. Außer, dass unsere Annehmigkeiten nicht da sind. Das kann natürlich nicht sein. Vorher das Spiel beenden. So oder so müssen diese Annehmigkeiten stimmen. Das geht sonst auf keinen Fall. So, jetzt haben wir auch Hemico. Das heißt, wir können jetzt alle Stadtstarten für uns gewinnen. Wie gesagt, ist später nochmal wichtig. Wir haben auch schon viele Gesandten gestackt. Wir brauchen aber momentan die ganzen Viecher hier nicht, die wir kriegen können. Von daher haben wir bisher nur die, die wir halt einfach so kriegen konnten. Ja, und Kandi ist natürlich absolut Twilight. Jetzt hätten wir ja nicht so viel Tourismus schon. Das wäre nicht möglich. Ansonsten seht ihr, wie sich alles weiterentwickelt. Momentan warten wir halt noch die vier Runden. Dann haben wir Naturschutz nämlich. Dann können wir die Zuflucht bauen. Und dann kriegen wir langsam ein bisschen gefluchte Produktion. Die brauchen wir nämlich dringend. Denn die ist extrem schlecht bei uns momentan. Und da müssen wir dringend dran arbeiten. Ansonsten kaufe ich für das ganze Gold, weil wir hier konstant rausrauen, auch alles mögliche. Wir haben auch unendlich Glauben eigentlich. Wir können halt alles mögliche durchhauen. Wir haben auch einen schönen, signerischen Apostel. Das heißt, wir würden gucken, dass wir die Beförderung kriegen, wodurch wir noch ein paar Reliquien spawnen können. Und den dann mal schön angehen. Das wäre eine ganz gute Geschichte für uns. Wir gehen hier auf Märtyrer. Nö, haben wir nicht. Das ist blöd. Das heißt, wir müssen noch Manson und Michel bauen. Ziemlich unglücklich. Ich hätte eigentlich gehofft, wir kriegen das. Aber nope. Na gut, dann nehmen wir halt hier Disputant. Dann können wir damit vielleicht irgendwas reißen. Schade. Aber es läuft auf jeden Fall sehr gut, kann man nur sagen. So, anderen sind jetzt auch noch gestorben oder in weiß ich was eingegangen. Und wir haben wieder ein Relikt. Das ist noch mal super. Wir sind schon wieder im Golden Side. Das dritte Mal hintereinander. Wir haben jetzt keinen. Doch, können wir noch immer nehmen. Wir brauchen dann was anderes sonst. Wir könnten natürlich hier, naja, Prophet, weiß nicht, was er bringt. Ne, wir nehmen weiter Monumentalität. Das ist einfach das Beste. Da können wir weiterhin unser Gebiet ausbauen. Wobei wir halt durch die Schutzgebiete kaum was ausbauen können, dem großen Stil. Naja. Ansonsten ist unser Herkules natürlich immerhin noch weiter fleißig unterwegs. Und wir haben hier konstant eine Dürre, was ziemlich ätzend ist. Aber wir bauen hier mit unserem Herkules konstant unser friedfertiges Gebiet aus. Miko ist hier auch ordentlich am Verteilen. Dass wir hier schon mal unsere ganzen loyalen Vasallen bekommen. Die brauchen wir nämlich auch noch für den spätesten Zustand nachher noch. Und hier haben wir einen Märtyr, den sollten wir auch noch irgendwie sterben lassen im theologischen Kampf. Ich weiß noch nicht, ob sich da unser schottischer Freund daran traut, das zu tun. Und wir haben Kleopatra getroffen. Ich habe mich verzeiht, wir hatten sogar noch eine Person. Vielleicht sogar noch eine Sechste, ich weiß es gar nicht. Was ist hier für ein riesiges Gebiet? Ist voller nichts. Unfassbar. Muss man eigentlich noch mit Siedler hin. Einfach nur, um das einzunehmen. Um da den Frieden zu verbreiten. Wenn wir einen einfach mal hochschicken. Haben so viele Ressorts, können wir mal hochschicken. Können uns wahrscheinlich einen Barbar abfangen. Aber egal, wir probieren es. Warum nicht? So, jetzt können wir unseren Naturforscher bauen. Das heißt, wir können unseren Naturpark zusammenballern. Wir haben hier oben eine Möglichkeit. Wir müssen aber gucken, dass wir noch mehr Möglichkeiten haben. Das ist mir eindeutig zu wenig. Das Problem ist, glaube ich, hier zum Beispiel sowas. Könnte sein, dass das schon reicht. Bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher. Dann werden wir mal schauen, dass wir da mehr von zusammenkriegen. Denn wir haben so viel Glauben. Wir müssen das schaffen, das irgendwo hinzukriegen. Mehr zu bekommen. Können wir jetzt sehr die Distrikte nicht danach gehen. Das heißt, unsere friedliche Mission geht dahingehend nicht ganz so oft. Aber wir können jetzt zumindest unsere besonderen Gebäude, die Zuflucht bauen. Wir kaufen mal hier und bam, da seht ihr auf einmal, sind die Felder noch leckerer. Schaut euch das an. Ich habe hier schon mal die Mine weggemacht. Schaut euch diese Yields an. Guckt euch das an, was das gibt. Das ist so enorm gut. Halleluja, ist das schön. Richtig, richtig gut. Das tut richtig gut. Verdammt, noch eins. Es kostet nur sehr viel und wir haben hier zum Beispiel null Produktion. Das heißt, diese Stadt wird das auch niemals gebaut bekommen. Was mir schon ein bisschen weh tut. Aber gut, da können wir nicht viel dran machen, weil die einfach hier keinerlei Produktion haben. Ansonsten bauen wir das überall hin. Ihr seht, die Yields nebenzu gehen immer weiter hoch. Auch unser Tourismus ist schon hoch. Allerdings hat Kleopatra recht viel. Finde ich ein bisschen schade. Deswegen müssen wir nicht 152 schaffen, während wir nur 126 anbieten. Die restlichen des Kyros zum Beispiel ist halt lächerlich. Aber sie zu überwinden wird noch ein bisschen schwieriger sein. So, die große Aufforstungsaktion fängt jetzt an, damit wir richtig viel Yields überall dazu bekommen. Ihr seht schon, was da abgeht. Das ist die Idee, jetzt einfach überall hin klatschen. Damit wir erstmal diesen Bezirk hier hochpushen und alle Sachen, die wir bekommen können, hochpushen. Was einfach extrem stark ist, weil wir dadurch eben so richtig schön viel kriegen. Die blöden Floodstrains können wir damit nicht bedienen. Aber ansonsten können wir überall hier schön die Bäumchen aufbauen. Ihr seht, der Yield geht noch weiter hoch. Das ist einfach absoluter, verrückter Wahnsinn wirklich, was wir hier alles machen können. Das ist natürlich perfekt für uns. Können wir erstmal Produktion steigern, was ganz gut ist. Und wir kriegen halt diese tollen Fähigkeiten, nämlich noch mehr Yields zu bekommen. Haben wir hier zum Beispiel wieder auch nur Floodplanes, was ein bisschen blöd ist. Dass wir können das hier nicht so ganz so ausgiebig machen, wie wir es eigentlich uns wünschen würden. Das ist sehr schade. Aber gut. Zumindest können wir überall anders Wälder pflanzen und hoffentlich dann auch Gebiete erstellen, um nachher auch mit den Naturforschern einmal etwas mehr ausholen zu können. Wir haben tatsächlich noch ein Naturwunder gefunden. Das hört echt nicht mehr auf. Guckt euch das an, was wir mittlerweile haben. Ich kann schon gar nicht mehr zusammenzählen mit den ganzen Reliquien. Das ist echt Wahnsinn. Das ist richtig, richtig gut. Und wir haben die Nationalparks errichtet. Und hier einen erstellen. Ich kann auch hier oben noch irgendwo einen erstellen. Hatte aber bisher noch kein Glauben. Könnt ihr euch gleich mal anschauen. Aber wir haben auch den hier oben erstellt. Das heißt, wir haben schon mal zwei Nationalparks. Ich werde natürlich schauen, dass wir weitere bauen können. Ich habe allerdings die Distrikte nicht ganz gut gesetzt. Schade, dass das Schutzgebiet selber dann mit rein zählt. Aber ihr seht ja sonst hier nochmal. Ich kann es nochmal zeigen. Schaut euch dieses Feld an. Das Feld ist einfach nur super. Ich liebe das. Ich kann es mir immer wieder anschauen. Ich weiß, das ist bescheuert, aber ich liebe solche Felder. Das ist daneben natürlich ähnlich gut. Denkt eben daran, dass diese Schutzgebiete sich ja kombinieren. Das hier, das Feld kriegt von allen dreien diese Buffs ab. Und diese hier von den beiden halt. Und deswegen kommt es halt zu solchen abstrusen Werten. Die Achtkultur. Wenn das jetzt noch neben einem Berg oder Naturwunder wäre, dann würden wir ja noch mehr bekommen. Das könnt ihr hier sehen. Da hätten wir ja beim Naturwunderberg noch zwei Wissenschaftler zu. Das heißt, wir hätten noch mehr Yield. Das ist schon extrem insane. Und wir sind sonst hier überall dabei, die Sachen auszuschlachten. Mehr Wälder zu bauen, damit wirklich das Ganze, ihr seht, das Ganze noch mehr eskalieren kann. Wir haben jetzt auch das Funkwesen, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Das heißt, wir können jetzt unsere Filmstudios bauen. Ihr seht, was das bringt. 100% Tourismus. Druck. Dieser Stadt auf andere Zivilisationen, wenn das Spiel in der Modernen ankommt. Es bringt uns noch nicht ganz so viel. Aber ihr seht, wir kriegen schon mal große Musiker. Und große Künstler können uns also auch die jetzt langsam kaufen. Ich würde es aber tatsächlich meist bauen und lieber die Zuflucht noch kaufen, wo wir sie halt noch nicht so einfach herstellen können. So, da könnt ihr jetzt mal live sehen. Ich hatte nicht die anderen tatsächlich rausgehauen. Aber hier seht ihr live, wie ein neuer Nationalpark entsteht. Und es ist sehr laut. Aber wir kriegen drei Zeitalterpunkte wieder. Und wir haben hier einen Nationalpunkt eingebaut. Das hier unten ist tatsächlich keine Mine. Das ist halt der Nationalpark, dieser Aussichtspunkt sozusagen. Und das ist das Ergebnis. Das Gebiet da oben gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Aber der Rest lässt sich doch, der kann sich natürlich auch sehen lassen. So, und hier finden wir den vorerst letzten Nationalpark. Oh Gott, ist das laut. Oh, ich sollte mal die Box da erstellen. Und damit haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4 Nationalparks. Momentan, glaube ich, kann ich keinen weiteren Bauern. Muss ich nachher mal schauen, wo wir noch einen hinquetschen können. Aber es sind trotzdem, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt bei 368 Tourismus. Das heißt, wir werden jetzt hier hochkatapultieren. Ist ganz okay. Ich hätte es mir noch ein bisschen früher gewünscht. Aber 143 sieht auch gar nicht schlecht aus mit so einem Yield, was wir haben. Wie gesagt, die Kleopatra gibt mir ein bisschen auf den Nerven, dass sie noch so nah abends dran ist. Der Rest ist komplett abgeschlagen. Von daher klappt Friede, Freude, Eierkuchen und viel, viel Naturliebe durchaus sehr gut. Wir haben unseren nächsten Meilenstein, und zwar die Computertechnologie. 25% mehr Tourismus. Ganz wichtig für uns, um halt Tourismus zu maximieren. Ganz klar, um halt die Frieden voranzubringen, brauchen wir genau das. Wenn wir ansonsten nur noch auf Forschung gehen. An sich sind wir mit der Entwicklung in dem Forschungsbereich komplett durch. Forschungslabor kann uns ja noch was helfen vielleicht. Aber an sich ist das das, was wir noch brauchten. Es gibt noch, glaube ich, Zukunftstechnologien, wo noch was Relevanz dabei wäre. Aber an sich ist das das, was wir brauchen rein von Forschung. Bei der Kultur brauchen wir noch ein bisschen mehr. Sind aber natürlich bei unseren Schlüsseltechnologien schon angekommen, was schon mal sehr gut ist. Und ich habe, wie ihr sehen könnt, San Francisco hier umgegründet. Der Siedler ist also lebend angekommen. Und ich werde versuchen, hier oben jetzt an die Küste zu gehen und vielleicht noch ein paar Seebäder zu machen. Wobei das hier auch nicht gerade sehr attraktiv aussieht, ehrlich gesagt. Aber wir versuchen unser Bestes. Oho, wir haben nochmal zwei Möglichkeiten, einen Naturpark zu machen. Das war hier. Und hier direkt nebenan nochmal neben den anderen. Das werden wir natürlich nutzen, um unsere ganze Geschichte zu maximieren. Wir sind langsam auf der Siegesstraße. Also ein paar Runden weiter. 650, allerdings ist Kleopatra halt das Problem. Die pusht extrem nah. Ich glaube, wenn wir Kleopatra nicht drin hätten, wären wir eigentlich schon durch. Ich gucke euch das an, was die anderen haben. Also da siehst du halt wirklich das einzige Problem. Die wird natürlich weiter gegen pushen, was mich ziemlich nervt. Eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte jetzt gewinnen. Wir haben eine friedliche Situation errungen. und wir möchten jetzt bitte auch das durchsetzen können. Wir haben jetzt ja auch die Eremitage-Tour gemacht für ein Museum. Gibt uns dann ein paar. Ich glaube, Kulturboni 20% oder sowas ist das ja insgesamt ganz gut. Und Tourismus natürlich vor allen Dingen, weil es eben ein Weltwunder ist. Was ja auch nicht schaden kann. Ja, aber wie gesagt, die wirkt uns noch Probleme bereiten. Ich denke mal, dass die jetzt pro Runde, seht ihr, immer weiter steigen wird. Klar, wir kriegen natürlich auch viel dazu. Aber pro Runde wird die halt auch immer dagegen halten. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier die ganzen Ressorts bauen. Da muss ich auch noch eine Forschung festlegen. Das Profisport ist irgendwie nicht die beste. Aber ja, kann man nichts dran machen. Das wäre hier unten die. Ich will aber eigentlich auch die neue Regierungsform haben, damit wir da ein bisschen vorankommen. Damit das Ganze jetzt langsam Richtung Ende gehen kann. In der 156. Runde. So, wir sind im Seed-Zeitalter angekommen. Und wir sind noch immer im Golden-Zeitalter wunderbar. Das Problem ist, was mir gar nicht aufgefallen ist tatsächlich. Wir haben jetzt auch unser Profisport. Wir haben unsere ganze Religion ausgelöscht. Der Schotte ist dabei radikal rübergerusht. Was für ein mieses Schwein. Und das kann natürlich sein, dass er uns da auch wirklich noch irgendwie ein Schnippchen schlagen will. Ich hoffe nicht. Also eigentlich sollten wir genug pushen. Aber wie gesagt, für Opata geht er immer höher. Das ist gar nicht gemerkt. Das ist halt so Klassiker. Diese Religion ist noch hier vorhanden. Also unser Buddhismus. Der Rest ist tatsächlich einfach zerstören. Das hat zu viel ausgegeben für die Naturforscher und so. Und das gar nicht realisieren. Wir können aber zumindest unseren Lobgesang holen. Das heißt, wir können die Kultisten beschwören. Und Kultisten können uns ja wiederum mehr Reliquien bringen. Die natürlich dann absolut kranker für uns sind. Wenn die ja relativ günstig auch am Anfang holen. Deswegen holen wir uns eine richtige Riesenladung. Und lassen die natürlich schön dann die Reliquien produzieren. Ohne Ende. Damit wir dann noch mehr Tourismus haben. Noch mehr als wir sowieso schon haben. Was das wirklich schon ein kompletter Wahnsinn ist. Dann können wir auch nochmal holen. Wenn wir schon keine Kultur oder keinen Glauben mehr bei uns haben. Wir sollen uns das auch nicht weiter kümmern. So, der 1. Okkultist hat sein erstes Lehrensängergedöns gemacht. Das heißt, wir haben ein neues Relikt. Das können wir jetzt in diesen ganzen Obelisken einpucken. So schauen, dass wir auf jeden Fall immer genug Platz haben dafür. Können wir ja auch ein bisschen umlagern. Sonst, wir haben eigentlich genug mit den ganzen Wundern und allem. Das sollte schon passen. Und wir haben irgendwie Rache des Gottes wohl. Irgendeines Gottes geholt. Denn wir haben hier einen Tornado mitten in unserem Gebiet. Ich meine, wir haben jetzt nicht mehr so viele Verbesserungen. Aber natürlich werden jetzt alle unsere Distrikte zerstört werden. Ich verstehe nicht ganz, warum. Wir sind doch hier wirklich das naturliebendste Feuer. Ihr könnt ja nochmal sehen, wie hier die Heels aussehen. Und trotzdem will uns der Zorn irgendeines Gottes noch irgendwas anhaben. Ich verstehe es nicht ganz. Aber gut, sei es drum. Ansonsten könnt ihr sehen, wir haben ein neues Skiresortgebiet geöffnet. Überhaupt nicht lächerlich. Überhaupt nicht übertrieben, wie viele das sind. Aber ja, wir nehmen alles mit, um unseren Tourismuswert noch weiter zu steigern. Und um Kleopatra irgendwie noch in die Schranken zu weisen, damit er etwas schneller geht. Weil ihr seht noch immer, wir sind dabei. Aber sie pumpt halt nach und nach und nach. Und währenddessen macht Robert natürlich weiter mit seinem schönen Bekehren. Was natürlich auch absolut nervig ist. So, wir sind etwas weiter. Und wir haben die Globalisierungstechnologie. Außerdem haben wir die ersten Seebäder und so weiter. Was ganz cool ist. Diese Technologien sind ganz wichtig, weil die einfach hier, wie ihr sehen könnt, Pro Souserain. Die geben die ordentlich Forschung, wenn ihr das noch nicht wisst. Einfach rein damit. Ihr seht, von 400 auf 600. Einfach absolut krankhaft. Das ist genauso hier jetzt bei Social Media. Wir haben auch unsere ersten Kultisten explodieren lassen. Diese Kultisten haben uns unglaublich viele Reliquien gegeben. Das werdet ihr gleich auch nochmal sehen. Aber ihr seht, wie viele Reliquien wir mittlerweile haben. Überall verstreut sind hier so Reliquien durch die Gegend. Das ist unglaublich, was die uns bringen. Leider nicht mehr so viel. Da wir unsere Religion verloren haben. Ich glaube, sonst hätten wir schon gewonnen, wenn wir unsere Religion nicht verloren hätten und ich nicht so ein Idiot wäre. Weil wir dann natürlich das Dreifache an Tourismus gehabt hätten. Jetzt kriegen wir leider nur die einfache Menge. Deswegen sind wir nur, nur in Anführungszeichen bei 57. Außerdem könnt ihr sehen, unser Superfeld hier ist nochmal gewachsen. Insgesamt haben wir jetzt 14, 21, 30, 37, 43 Ressourcen, die wir hier bekommen. 43. Unfassbar. Weil wir hier die Kombination von den drei Schutzgebieten haben. Drum haben wir uns natürlich auch nicht zu verachten. Aber das ist natürlich das absolute Highlight. Wenn jetzt da keine Pferde wären und ich da einen Wald hinsetzen könnte, glaube ich, wäre das noch besser. Aber gut, das ist halt leider das Schicksal. Ansonsten könnt ihr sehen, wie unser Gebiet weiter gewachsen ist. Hier ist es noch ein bisschen verhärmt. Aber wir haben immer nochmal einen Nationalpark hier hinten hinsetzen können. Und wie gesagt, überall habe ich jetzt Rautisten. Also ich haue die wirklich gerade raus. Ich komme eigentlich gar nicht hinterher, weil es auch ein bisschen lästig ist, die immer zu pushen. Und wir versuchen natürlich alle als Souseränen zu behalten, eben um diese extremen Vorteile zu bekommen, die wir auf jeden Fall brauchen werden. So wie ich es gehört habe, haben wir natürlich als echte Amerikaner auch die Freiheitsstatue nicht von Franzosen bekommen. Aber wir haben sie hier stehen. Wunderschön. Wir haben nochmal eine Reliquie. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze ploppt, weil ich es eben einmal nicht getan habe. Und zwar hier noch eine Reliquie. Und noch eine Reliquie. Und ich glaube, du auch noch. Noch eine Reliquie. Ich glaube, wir haben keinen Platz mehr jetzt bald. Bald sollte es zu Ende sein. Ja, noch ein paar haben wir noch. Das heißt, wir spammen natürlich weiterhin. Ihr seht, unser Tourismus steigt. Wir haben hier noch einen Nationalpark. Jetzt haben wir hier schon drei Nationalparks. Also wir haben jetzt, glaube ich, insgesamt sechs, sieben. Ich glaube, sieben oder acht sogar. Müssten sieben oder acht sein. Und ihr seht, Dundee ist auch schon geflippt, weil wir hier wirklich eine offensive starten mit den Kultisten plus halt unser immer wieder goldenes Zeitalter mit unseren Wachsensstätten macht halt den Schotten ziemlich zu schaffen. Genauso wie den Nullschotten tatsächlich. Das wäre auch der Perser. Schotte geht tatsächlich in unserem Frieden auf. Was natürlich wunderschön ist. Das gehört sich ja auch so. Hat halt gar keine Chance. Und zwar sozusagen nur die Theopatra nervt uns da ziemlich. Aber ihr seht, wir nähern uns unserem Ziel auf jeden Fall mit großen Schritten an. Ich versuche natürlich alles zu tun, das noch zu beschleunigen. Wo ich einmal noch ganz kurz was zeigen will. Und zwar diese Galera, die leben hier die ganze Zeit schon. Genauso hier auf der Seite. Ich kann die nicht kaputt machen. Weil wir ja keine Einheiten bauen dürfen. Und ich das jetzt eigentlich auch nicht machen wollte für Boosts und so weiter. Und auch nicht für Verteidigungsboosts. Mir ist mal aufgefallen, ja unsere Kampfstärke, unsere Mauern wird hier gar nicht höher. Das heißt, unsere Mauern sind lächerlich. Wenn uns einer den Krieg erkehrt, sind wir sofort tot. Dann würde ich schon erlauben, dass man eine baut und dann wieder löscht, damit man die Stärke halt erhöht von den Mauern. Weil anders geht es ja nicht. Aber ich merke es halt, ich kann diese Galera nicht kaputt machen. Meine Städte, egal wie groß sie sind, können die nicht zerstören. Was schon ziemlich, ziemlich krass ist, wenn man das mal überlegt. Oh, wir haben die zweite, Kollektivaktivismus. Das heißt, wir können jetzt auch hier die 300 Kulturner dazugeben. Statt die 26, was natürlich auch sehr lecker ist. Wenn die Tourismus Sachen hier umfinde ich nicht so gut, haben wir nicht so viel. Aber das hier unten ist natürlich sehr lecker. Jetzt seht ihr, wir sind über 1000 Tourismus, ach Tourismuskultur. Ja, Tourismus sind wir erst bei 900 und nicht über 1000, aber passt auch. Das ist schon ziemlich gut. Hier zum Beispiel, jetzt könnt ihr mal sehen, wie viel Schaden wir machen mit unserem Angriff. Gar nichts. Da ist sogar der Name drüber. Aber vertraut mir, es ist eigentlich nichts. Es ist wirklich gar nichts. Das ist wirklich sehr schwierig. Diese Einheit kann uns jetzt eigentlich töten. Also die kann diese Stadt einfach zerstören, wenn sie es möchte. Und diese Panzereinheit hier hinten macht das Ganze natürlich auch nicht unbedingt besser. Das heißt, wir bestechen die jetzt einmal, damit die uns nicht angreifen, weil sonst haben wir ein Problem. Und damit haben wir den letzten Baustein, den wir brauchen. Die dezentralisierte Herrschaft. Also die digitale Demokratie. Ich hatte jetzt zwischendurch keine mehr freigeschaltet, weil wir konnten echt direkt dahin gehen. Wir haben einen Kampf nach minus drei. Wer interessiert es? Wir haben keine kämpferischen Einheiten. Aber wir haben eben jetzt nochmal, guckt euch das an, diese ganzen Spots übrig. Und wir haben nochmal sehr viel Kultur dazugekommen, die wir gleich noch sehen werden. Jetzt noch nicht upgedatet natürlich. Aber das ist nochmal enorm viel, was wir jetzt noch dazu gewinnen können. Das ging auch mal alles besser, aber ich würde sagen, das ist schon sehr, sehr ordentlich, was wir hier erreichen können. So, und jetzt sind wir den Kultursieg nahe. Ihr seht, 189. Runde eingebrochen. Ihr seht, wir skyrocketen jetzt wirklich durch hier. Also das war ja vor ein paar Runden, vor 20 Runden sah das noch ganz anders aus. Das heißt, wir haben jetzt die letzten Runden, ich habe nicht mal Umweltschutz, das habe ich ganz vergessen, erforscht, dass es nochmal 25% mehr Tourismus gibt. Und natürlich haue ich weiterhin die Kultisten raus, um uns hier wirklich dieses wirkliche Reich zu erhalten. Im Prinzip überreden wir die anderen Leute einfach, sagen, ja komm, wir sind doch einfach die Coolsten oder lasst uns doch einfach mal dabei belassen und dann passt das Ganze schon. Denn so richtig eine Chance, ihr seht von unseren Werten her, hat halt keiner von denen. Von daher sieht das doch ganz gut aus und das sollten die auch einsehen können. Ihr könnt jetzt natürlich auch aus Spaß noch, ich brauche hier noch das Estadio de Maracana. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen wahrscheinlich. Aber wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen pushen, aber im Prinzip sind wir hier durch. Wir kriegen die Shatter auch nicht, die sind beide, gehen wir zurück zu Persien. Aber hier geht es wieder zu Schott und von daher komplett irrelevant. Also warten wir eigentlich nur noch ab, was jetzt auf uns zukommt, ob sich das noch irgendwie verzieht, weil, keine Ahnung, Ägypten jetzt auf einmal doch noch massiv irgendeinen Buff dazu geholt hat, was ich aber bezweifle. Oh oh, unsere Verbündete hat Saladin dem Krieg erklärt. Das ist nicht gut, oder andersrum wahrscheinlich, denn er hat tausende Militärstärke. Er ist natürlich weit weg, das sollte also eigentlich kein Problem darstellen. Aber man weiß ja nie, ob der jetzt gleich mit einer riesigen Armada entweder hier ankommt oder eben bei unserer Hauptküste. Das wäre natürlich relativ unglücklich. Ich hoffe mal, dass das nicht so passiert. Denn das könnte uns, wie gesagt, der kann uns alle Städte mit einem Angriff einfach abnehmen. Von daher müssen wir da wirklich aufpassen, ob da jetzt nicht doch noch irgendwie so ein Clash kommt. Mit dessen können wir nochmal, ach, ich muss es einfach nochmal, guckt euch das an. Es ist einfach so schön, es gefällt mir so gut. Ich hoffe, es gefällt euch auch so gut. Und es ist auf jeden Fall einfach mal nachzuspielen. Denn diese Yields, die man durch den Teddy Roosevelt und diesen Naturschutzgebieten bekommt, die sind schon richtig lecker. Man muss ehrlich sagen, hier könnte man ja auch noch, eigentlich hätte man das hier noch besser machen können. Oder hätte ein besseres Gebiet kriegen können, statt dieser blöden Wüste da. Dann wäre es noch stärker gewesen. Zum Geschenk, weil wir so gut gespielt haben, kriegen wir noch schönen Dandy dann doch noch. Ich weiß nicht warum. Vorher stand irgendwas anders. Gleich einfach durch unsere Kultisten, die hier weiter fleißig am Werk sind und uns konstant die Relikte bereitstellen. Deswegen auch schon wieder ordentlich an Tourismus dazubekommen haben. Was natürlich eine ideale Sache ist. Ansonsten warten wir halt wirklich nur darauf. Wir sehen es nochmal hier. Wir haben noch fünf Runden angegeben. Kann aber sein, dass es schneller geht, weil wir einfach so massiv pushen. Bisher ist der Araber nicht unbedingt näher gekommen. Er ist aber auch weit weg. Obwohl, weit weg. Man kann von hier rüber kommen. Aber ich denke, das sollte er nicht mehr schaffen. Das war auch übrigens das Ziel, warum ich so früh das Spiel beenden will. Weil es eben immer gefährlicher wird natürlich, je später wir kommen. Weil wir haben ja, wie gesagt, keine wirkliche Stärke gegen Einer. Ihr könnt nochmal hier den Schaden sehen. Das ist eine Galera. Wir machen gar keinen Schaden. Mulan könnte ihn jetzt tatsächlich umbringen. Das ist okay. Das ist ja so eine Helden. Die habe ich nur gebaut, damit sie nachher eigentlich ein Wunder oder ein Relikt wieder rausgibt mir. Für mehr habe ich die eigentlich gar nicht mehr gebaut. Aber sonst hat er eigentlich gar keine Kampfstärke. Das müssen wir uns immer bedenken. So und jetzt kommen die letzten Runden. Wir schauen uns noch einmal unser Gebiet an. Und jetzt gleich haben wir durch Frieden und Freude, durch Natur und Herrlichkeit dieses Spiel gewonnen. Okay, wir müssen uns erstmal den ganzen Quatschchen anhören. Aber ihr seht es jetzt. Wir haben tatsächlich Kleopatra doch innerhalb von, sagen wir mal so circa 30 Runden eingeholt. Mit unserem massiven Push von tausenden Skiresorts, unseren ganzen Naturparks und auch ein paar Seebädern. Und deswegen werden wir jetzt gleich dieses hier verlassen. Diese wunderbare passive Welt, die wir erschaffen haben. Die ehrlich gesagt von einem einzigen von diesem Panzerkorps einfach vernichtet werden könnte. Deswegen gut, dass wir alle ein Verbündnis haben. Das sind unsere Werte. Wir haben so um die 900 Forschung. 1600 Kultur. Und werden wahrscheinlich in 198 genau unser Spiel hier gewinnen. Wir können uns das, wie gesagt, noch einmal anschauen. Noch ein letztes Mal. Das hier ist halt unser Kerngebiet. Aber hier sind natürlich überall Gebiete, die uns wirklich Faszination pur bringen. Wir haben ganz viele Wunder auch. Die habe ich natürlich nicht alle gezeigt. Aber da ist auch enorm viel, um wirklich unsere Herrlichkeit, unsere Prächtigkeit zu zeigen. Wir haben auch Unterhaltungsrestrikte überall hinzugefügt am Ende noch, damit das wirklich noch mehr Push gab. 1315 Tourismus haben wir jetzt geschafft. Wir kommen jetzt zum Ende des Industriezeitalters in acht Runden. Da kommen wir dann langsam, ich glaube, in die Moderne müsste es ja sein. Das heißt, wir sind da recht gut dabei gewesen. Wenn jetzt noch irgendwas wären, ist aber komplett egal. Und werden dann unseren wohlverdienten Sieg bekommen. So, und da sind wir. Nächste Runde, wie gesagt, haben wir es geschafft. Ja, es ist möglich. Ohne irgendeine Militäreinheit zu bauen. Gut, die Helden, aber keine wirklichen Militäreinheiten. Keine einzige benutzt. Brauchen wir auch wirklich nicht. Mit schwächsten Wellen, schwächsten Verteidigungsanlagen, aber mit ganz viel Natur und Liebe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.